Hallo und willkommen zurück bei Lingoni. Ich heiße Nico und heute geht es um deutsche Wörter, die im Englischen sehr ähnlich sind. Auf Englisch nennt man diese Wörter Cognates. Das sind Wörter, die die gleichen Wurzeln haben, ähnlich aussehen und sich ähnlich anhören. Wenn ihr gut Englisch sprecht, dann werdet ihr euch diese Wörter ziemlich schnell merken können. Schauen wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Der Akzent. The accent. Er hat einen starken Akzent, wenn er Deutsch spricht. Allein. Alone. Er ist Freitagabends nicht gern allein. He doesn't like to be alone on a Friday night. Der Apfel. The apple. Er isst zum Frühstück immer einen Apfel. He always eats an apple for breakfast. Die Batterie. The battery. Wir brauchen neue Batterien für die Fernbedienung. Blau. Blue. Blau ist seine Lieblingsfarbe. Blue is his favorite color. Das Buch. The book. Ich suche ein Buch für meine Schwester. I am looking for a book for my sister. Der Kaffee. The coffee. Ich kann ohne Kaffee am Morgen nicht leben. Trinken. I can't live without coffee in the morning. Trinken. To drink. Möchtest du etwas trinken? Would you like to drink something? Die Energie. The energy. Heute habe ich keine Energie. I don't have any energy today. Falsch. False. Meine Antwort war falsch. That means my answer was wrong. Übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass ihr bei Lingoni jetzt sogar drei Sprachen lernen könnt? Englisch, Deutsch und Französisch. Also schaut doch einfach mal bei lingoni.com vorbei. Unsere talentierten Muttersprachler helfen euch dabei ganz schnell, eine neue Sprache zu lernen. Wir freuen uns auf euch. Aber jetzt zurück zu den Beispielen. Das Fieber. Er hat hohes Fieber. Er hat hohes Fieber. Der Fuß. The foot. Mein Fuß tut mir weh. My foot hurts. Das Glas. The glass. Sie ist in Glas getreten und musste ins Krankenhaus. She stepped into glass and had to go to the hospital. Das Hotel. The hotel. In diesem Hotel sind keine Zimmer mehr frei. There are no more available rooms at this hotel. Das Eis. Das Eis. The ice. Or the ice cream. Möchtest du ein Eis essen? Would you like to eat ice cream? Das Kangaroo. The kangaroo. In Australien habe ich wilde Kängurus gesehen. In Australia I saw wild kangaroos. Die Leiter. The ladder. Sie ist von der Leiter gefallen. She fell from the ladder. Lachen. To love. Sie hat über den Witz gelacht. She laughed at the joke. Lernen. To learn. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. I am learning German because I would like to work in Germany. Die Maus. The mouse. Die Maus heißt Benjamin. The mouse is called Benjamin. Nackt. Naked. Tony schwimmt gerne nackt. Tony likes to swim naked. Die Nüsse. The nuts. Sie isst gerne Nüsse. She likes to eat nuts. Oft. Often. Wir gehen oft ins Kino. We often go to the movies. Das Omelette. The Omelette. Hat dir das Omelette geschmeckt? Did you like the Omelette? Perfekt. Perfekt. Der Text war perfekt. The text was perfect. Der Preis. Der Preis. Der Preis. Der Preis war in Ordner. Der Preis war in Ordner. The price was okay. Das Radio. The radio. Im Auto höre ich immer Radio. I always listen to the radio in the car. Die Schule. The school. Die Kinder sind in der Schule. The kids are at school. Der Sohn. Sie hat einen Sohn. Sie hat einen Sohn. She has a son. Die Vitamine. The vitamins. Paprika hat viele Vitamine. So, und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt viele neue Wörter gelernt. Und vergesst bitte nicht, auch bei lingoni.com vorbeizuschauen. Mit unseren Muttersprachlern lernt ihr im Nu und ganz schnell eine neue Sprache. Und zwar ohne langweilige Grammatikbücher oder endlos lange Vokabellisten. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.